Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode, zumindest für diese Woche und zwar geht es um die Auslösung unseres kleinen Quizes, was wir hatten vor ein paar Wochen. Und dabei ging es darum, wie viele von diesem Rollen- und Klebeband haben wir verbraucht um unsere fünf Boxen, wie diese hier und diese hier zu verpacken und für den Container fertig zu machen und wir haben fleißig geraten und es war auch ziemlich cool und wir werden mal jetzt schauen. Also wir haben diese Rolle hier, die ist fast leer, deswegen würde ich fast sagen, zählen wir sie mit. Jetzt mal sehen. Eins, zwei, drei, vier, sechs, zehn, acht, neun, 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 neun mit 19. Der hat 19 ergeraten und ist damit am nächsten an den 16 Rollen dran. Also hier nochmal dein Kommentar. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Wie versprochen haben wir diese Schuhboxen fertig gemacht. Wir haben hier zwei aus dieser Boxen von Summer Written Purs. Da uns die Zeit ausgegangen ist, haben wir noch eine online gemacht, die online gepackt, was ziemlich cool ist. Link dafür auch wieder in der Beschreibung unten. Das könnt ihr auch noch machen. Hey, hier Erik aus der Zukunft. Ihr habt genau noch einen Tag. Ich habe es total verschwitzt. Ihr habt bis zum 15. November Zeit, diese Boxen zu machen. Wenn ich jetzt das Video hochlade, ist der 14. Da könnt ihr noch mitmachen. Ihr könnt online da eine Box packen. Der Link unten in der Beschreibung natürlich. Und ich hoffe, ihr habt auch Freude dran. Sorry, dass das so spät war. Aber wir sind doch gerade ziemlich im Stress und aufgeregt, denn es geht ja bald los bei uns, oder? Also, viel Spaß. Also, vielen Dank fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.